Euch ist es bestimmt auch schon einmal so gegangen. Eine schöne Sonntagstour auf dem E-Bike, man genießt die Natur, lässt die Gedanken schweifen und plötzlich... Hey, geht's doch? Ach ja, was soll ich sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich beim Radfahren nicht alles mitbekomme. Also vor allem nicht, was hinter mir passiert. Aber genau diesem Problem widmen wir uns heute. Und ich bin mir sicher, wir finden eine Lösung. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Gadgets Powered by PowUnity. Wir freuen uns, dass ihr uns auch diesmal wieder in den Weiten des Internets gefunden habt. Wie ihr gesehen habt, Augen hat man nur vorne. Deshalb kann man beim Biken nie den Überblick komplett behalten. Doch genau um dieses Problem haben wir uns heute gekümmert. Lasst euch überraschen. Darf ich vorstellen? Unser patentiertes Fahrradumfeld-Erkennungsfrühwahn- und Ab jetzt habe ich jede Situation im Blick. Und ich kann mir sicher sein, dass ich mit meinem neuen Style voll im Trend liege. Also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Trotz dieser genialen und total unauffälligen Konstruktion habe ich immer noch das Gefühl, nicht wirklich sicherer unterwegs zu sein. Doch ich weiß was Besseres. Habt ihr schon mal von TriEye gehört? Das Team von TriEye hat sich wohl noch etwas intensiver mit der Problematik beschäftigt als wir. Herausgekommen ist dabei eine innovative Fahrradbrille, die perfekt sitzt und dem Fahrer ideale Sicht bei allen Verhältnissen garantiert. Wichtiger ist jedoch der eingebaute Rückspiegel, der es jederzeit erlaubt, den Verkehr hinter dem Bike zu beobachten, ohne nach hinten blicken zu müssen oder die Hände vom Lenker nehmen zu müssen. Dank verschiedener Gläser, die sich an die unterschiedlichen Lichtverhältnisse anpassen, habt ihr immer perfekte Sicht. Und durch den Spiegel seht ihr auch, was hinter euch los ist. Tja, vielleicht muss FEFÜ ja doch nochmal überarbeitet werden. Doch bis es soweit ist, werden wir mit TriEye unterwegs sein. Es gibt uns ein sicheres Gefühl und wir können nach hinten sehen, ohne den Kopf drehen zu müssen. Und wer sagt schon nein zu ein bisschen mehr Sicherheit? Ein durchaus schönes Gadget, aber völlig nutzlos, wenn euer E-Bike nicht mehr da ist. Deshalb Biketracks von PowerUnity.